Satguru, wie sind deine Ansichten zum Fremdgehen? Wie beeinflusst es einen spirituell? Wenn es keine Liebe in deinem Herzen gibt, bist du in jedem Fall eine Fremdgeherin. Wenn du dich für Bequemlichkeit und Komfort irgendeinem Aspekt des Lebens verschrieben hast, nicht unbedingt einem Mann oder einer Frau in dieser Angelegenheit. Wenn du dich ohne Liebe in deinem Herzen irgendeinem Aspekt des Lebens verschrieben hast, dann bist du ein Fremdgeher, nicht wahr? Also bin ich gegen Fremdgehen. Ja, in diesem Sinne, ja, in jederlei Hinsicht. Aber falls du darüber sprichst, was gesellschaftlich als Fremdgehen gilt, ist das individuell zu sehen und für jede Handlung, die du ausführst, gibt es eine Konsequenz. Die meisten Menschen, die ich kenne, sind nicht bereit, sich den Konsequenzen zu stellen, wenn sie eintreten. Aber ohne sich den Konsequenzen zu stellen, möchten sie Situationen haben, die sie genießen. Nun, jeder, der nicht bereit ist, die Konsequenzen freudig zu akzeptieren, für welche seine Handlungen auch immer, ist nur ein Dummkopf. Und ein Dummkopf ist jemand, der in vielerlei Hinsicht gegen sich selbst ist. Jede, der gegen sich selbst arbeitet, jede, der sich gegen sich selbst richtet, oder jede, die sich gegen sich selbst richtet, Was sollen wir über sie sagen? Also, mit deinen Handlungen, wenn du dich gegen dich selbst richtest, weil du Dinge auf eine sinnlose Weise tust, dann tust du Dinge nicht freiwillig. Du tust Dinge auf eine sinnlose Art, einfach, weil du einem bestimmten Aspekt deines Körpers oder deines Gefühls oder von etwas anderem nachgegeben hast. Dann ist das definitiv nicht okay. Denn du wirst dir selbst Leiden zufügen. Alles, was irgendeinem menschlichen Wesen Leiden zufügt, besonders einem selbst, ist das okay? Alle, die einfach anfangen, sich selbst Leiden zuzufügen, welchen Grund auch immer sie haben, es ergibt keinen Sinn, nicht? Ich bin nicht gegen oder für etwas. Ich will, dass du sinnvoll lebst. Was für dich am meisten Sinn ergibt, das musst du tun. Ist dies falsch? Ist das falsch? Das ist nicht der Punkt. Lebst du dein Leben sinnvoll? Das ist die Frage. Oder bist du ein Sklave von etwas und versuchst, die Zustimmung von mir zu erhalten für irgendeinen Unsinn, den du tust? Nein. Ich habe weder eine Handlung befürwortet, noch eine Handlung abgelehnt. Solange du, solange du dich sinnvoll verhältst in Bezug auf das, was du tust. Ein sinnloses Leben ist Sünde, nicht wahr? Wenn du sinnvoll lebst, auf eine Weise, dass der Schöpfer stolz auf dich sein wird, ist das richtig. Wenn du nun entweder den Impulsen deines Körpers oder deiner Gefühle oder deines Verstandes nachgegeben hast und dich gegen dich selbst richtest, ist das nicht sinnvoll. Also eine solche Sinnlosigkeit, ist sie falsch? Ich sage nicht einmal, es ist falsch. Es ist nur sehr beschränkt und dumm. Ich habe in meinem Leben nie etwas als richtig oder falsch bezeichnet. Aber alles, was beschränkt und dumm ist, lohnt sich nicht. Das ist alles. Also würde ich sagen, Fremdgehen lohnt sich nicht. Ist es richtig oder falsch? Wer bin ich, ein Urteil über irgendetwas am Leben zu fällen? Ich fälle keine Urteile über das Leben. Aber es ist dumm und beschränkt, irgendetwas zu tun, das dir selbst Leiden zufügt. Es ist dumm und bedeutungslos, etwas nachzugeben, was heute alles zu sein scheint und das dich morgen wie einen Dummkopf fühlen lässt, nicht wahr? Es ist dumm, etwas nachzugeben, was dich heute denken lässt, es sei alles und dich morgen früh vor dir selbst wie einen Dummkopf aussehen lässt, nicht vor jemanden anders. Das ist eine sinnlose Weise zu leben. Du musst auf eine Art leben mit so viel Sinn, dass Götter auf dich neidisch sein sollten. Wenn du so viel Sinn aufweist, ist nichts richtig oder falsch mit deinem Leben. Wenn du einen solchen Sinn nicht hast, ist alles falsch mit deinem Leben. Das ist eine sinnlose Weise zu leben.